Was ist das für uns? Ja, ganz klar dranbleiben. Für uns war es immer wichtig, dass wir viel Engagement in diese Projekte einstecken, dass wir Leute haben, die mit uns dabei sind, die einander motivieren können und mit viel Engagement kann man viel erreichen. Aber man muss dranbleiben und es ist sicherlich wichtig. Egal was ihr vorhin, wenn ihr anfangen wollt, dann kann man dahinter stehen und es wird nie so laufen, dass es gar kein Problem gibt. Vor allem am Anfang werden viele Probleme auftauchen und dann dort nicht aufzugehen, sondern wirklich weiterzumachen und draht zu bleiben. Dann bekommt man alles irgendwann zu seinem Ziel. Man sollte auf das sich glauben und wenn man es echt ernst macht, dann schafft man wahr, dass man es wäre. Es ist recht lange gegangen, bis ich definitiv sagen konnte, ob das Projekt stattfindet oder nicht. Aber im Grunde genommen muss ich sagen, du musst an einem Moment sagen, ich zeige es durch und ich tue alles dafür. Und nicht immer nur, ah, ich check sehr schnell alles ab, sondern einfach machen und Nägel mit Köpfen machen. Ich finde wichtig, wie hast du gesagt, dass man es einfach versucht, dass man es nicht wirklich hartnäckig bleiben soll, bis man es arbeitet. Und man arbeitet irgendwie einfach durchzustieren. Yok. Wie das so vor fest war? Hier habe ich zuhören, wurden von Achille bis ins Bettl regularly curl, wo wir jetzt über новых Spielagsch expandieren können.